So. Schauen wir mal rein. Das hat wegs schon mal. Gewöhnungsbedürftig. Okay. Da, genau. Ich hab elf Minuten gespielt. Äh, yes. Ja, ja, ja. Okay. Und ich weiß, dass seitdem, dass seitdem Updates kamen. Miau, 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 okay. Okay. Sehr schön. Sehr tiefgründiger Plot. Miau, miau, miau. Ick, ick. Oh no. Oh no. Okay. Miau, 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 miau. Na ja, gut. Das Writing ist aber ziemlich gut. Ich hab das letzte Mal ohne Sound gespielt, weil ich einfach nebenbei ein bisschen ausprobieren wollte. Das ist ja echt nicht gut. James Pond. Okay. Okay. Okay, ich kann spucken. Und ich kann flattern. Und ich kann mich sehr effektiv ducken. Und sonst noch was machen. Oh, ich kann dashen. Einmal. Okay, und das war's. Offensichtlich. Miau, miau, miau. Rip. Oh, offenbar kann man die Münzen auch grinden. Nice. Diese Ladekatze mit den schwarzen Augen, ey. Okay. Ich weiß nicht ganz, was diese blauen Flaschen jetzt sind. Oh, ich muss mich tatsächlich da durchducken. No dash. Ach so, wenn ich nicht dashe, kriege ich einen Bonus. Okay. Okay, dashless, guys. Katzi. Spielt sich ziemlich gut, muss ich sagen. Sehr präzise. Gefällt mir. Hoch- und Detect-Button ist ein Checkpoint. Aber es kostet mich 10 blaue Blöbel. Nee, Checkpoints brauchen wir nicht. Sowas, sowas habe ich nicht nötig. Es ist schon alles sehr niedlich. Aber meine Herren, das Spiel braucht einen besseren Soundtrack dringend. Der ist... sehr... Niedlich ist es auf jeden Fall. Das stimmt. Also, ich kann es aber auch nur an den Checkpoint-Pumpen benutzen. Das ist quasi so ein bisschen wie Shovel Knight, nur andersrum. Okay. Aber es ist schon sehr niedlich. Ah, die aktivieren sich wahrscheinlich, wenn ich auf den Button drücke, ne? Oh. Aha! Easy. Easy every time. Ich dachte, ich hätte da jetzt schon krasse Speedstrats oder so. Leider nicht. Oh nein, was tue ich? Ach, schön. Uh. Checkpoint. Pff. Checkpoint schmeckpoint. Oh Gott! Earthling Dave, danke schön für's Subscriben. Willkommen, der Fuchs-Tonami. Vielen lieben Dank. Oh. Save strats. Dead. Oh, Coins? Oh. Gott, sie sind auch. Sie sind auch. Okay. Das hier ist 1, 2. Das hier ist 1, 3. Cave of Crate. Und das hier ist... Underground Pond. Na gut. Ist doch was. Ich seh das doch. Okay, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach nix. Ja, ich glaube, das sind wirklich einfach nur Dekorationsteils. Und ich glaube, je höher oder je weiter ich oben bin, wenn ich ins Wasser falle, desto tiefer sinke ich. Was ja irgendwie Sinn ergibt. Ah, ich verstehe. Okay. Das ist eine Speedrun-Challenge. Speedrun, Guys. Easy. No dash. Hey. Oh. Oh. Sweet. Okay. Ja, der Soundtrack ist leider super generisch. Ich finde auch, der Pass ist überhaupt nicht so. Leider. Äh. Die Coins. Gib die Coins. Oh. Ah, der Wasserfall drückt mich runter. Okay. Ja, knuffig ist es auf jeden Fall. Sehr. Ja. Ha, 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 ha. Bäh. Nice. Easy. Okay, dann bleiben die drei Münzen halt, wo sie sind. Whatever. See if I care. Oh, ein Boss. Hat jedes Level einen eigenen Boss? Das wird ziemlich krass. Ah Gott, was mache ich denn? Mein No Damage Bonus. No! Oh Gott. Oh, ich kann auf Gegner drauf springen. Okay. Wusste ich auch nicht. Na, so schlimm wie der Woodletree Soundtrack ist es auch nicht. Kein No Hit Run. No! Ah, sehe ich das richtig? Ich habe ein... Oh, Speed Run. Speed Run, Guys. Danke schön für 25 Monate treu. Vielen lieben Dank. Hurry up. Easy. Oh. Oh. Finish. Flop. Okay. Keine Katastrophe, ja. Puh. Also habe ich das doch eben richtig gesehen. Ich brauche... Ich brauche die... Diese... Dinger quasi zum Daschen. Okay. Kobok, danke schön für 17 Monate treu. Vielen lieben Dank. Danke. 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 So, machen wir doch mal 1-3. Cave of Kraid. Kraid? Ah, okay. Kisten, die ich kaputt machen kann. Quick kill. Oh, da sind Stacheln. Mopodos. Stacheln sind sehr unauffällig, muss ich gerade mal so sagen. Oh wow, das war gemein. Die habe ich nicht gesehen. Die konnte ich nicht sehen. Komme ich denn da hoch? Ah, so. Manchmal, manchmal ist es Deko, manchmal nicht. Okay. Secrets. It's a secret. Wenn die Musik nur schön wäre, aber die passt halt gar nicht so zum Rest. Das ist unglaublich. Das muss doch auffallen, wenn man so ein Spiel macht. Oh, das war gemein. Was war eineылgie? Oh? Oh. 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 ich traue mich da nicht rein zu springen Ruins of nature Speedrun Oh, ich konnte gerade nicht dashen, ich weiß nicht warum Naja Hey Oh, what? Oh, what? Oh, dead Ah, ich kann durch Kisten dashen, okay Ripperino Einfach durch Damage boosten, fuck it Buf it Denno deathrun ist auch vorbei, ja Alles im Arsch, guys Colour door Was kann ich mich level das spiel, hat ehrlich gesagt Wir werden es rausfinden vielleicht Uh Okay Ah Colour door Deshalb Deshalb heißt das so Kalimdor So, mal checken Okay Es geht immer nur einer auf Wie zu erwarten Äh Weitere Steige Was ist das? Lass Los Schifte những Ich Ich Scheiße ich habe ein ding verpasst kann ich wieder zurück wo stehen liegen müssen aber ich kann nicht wieder zurück wo ich den liegen lassen so ein humbug 100 prozent die 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 Nein, dashless Okay, müssen wir nochmal zurück Oh boy Positive Bitte nicht Please don't Checkpoint schmeckpoint Oh 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 Sehr gemeiner boss Aber ein bisschen headbangen Jetzt müssen wir nochmal da rein Mach es mal in den Speedrun Huch Oh, schade Ich wollte da durchdaschen Passt schon Intentional damage boost guys Oh 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 es lief nicht so gut also vielleicht sollte ich den scheider drücken ja komm schon easy ich glaube nicht so war dann jetzt das juwel ist ja irgendwo hier gewesen sein dann ja Ist da wieder irgendwo irgendwas versteckt Tatsächlich Ups Ich versuche die ganze Zeit auf R zu dashen Deshalb kommt manchmal der Dash nicht raus Weil es einfach die falsche Taste ist So, jetzt sind wir auch nicht mehr Checkpointless, Guys Ich will mein Xinstinkt, ja, voll einfach Jetzt sind wir gar nichts mehr Gut aufgepasst Ja, Entschuldigung für den Casual Run Tut mir leid Warum spucke ich eigentlich Katzenpfoten Was ist das für ein Angriff Okay Nice So, Entspunkt 5 Shop Fresh Regenerate using 2 MP Hammer Destroy any obstacle on the map Yes Telekinesis Box Ne, die Katzenpfoten explodieren ja sogar in Katzenpfoten Aber bisher sehr viel, sehr, sehr viel Abwechslung mit den, oh, Entschuldigung, mit den Stage-Gemix Das finde ich gut Achso, die kann ich kaputt machen Das ist Das sah mir nicht nachher etwas aus, was man kaputt machen kann Oh boy Jetzt bin ich jetzt so ein Puzzle-Plattform, oder was? Was ist los? Äh Dammit Johnny Ja Ja Moment. Das Gelbe? Ups. Na gut. Wahrscheinlich war das jetzt zu hoch, ne? Huuuuhh. Moment. Das ist mal zu wenig. Damit. So. So. Ja, bis gleich. So. 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 Ja, es hat ein bisschen gedauert jetzt, die richtige Position zu finden. Oh, hier bleibe ich einfach hängen. Auch spannend. Ah, okay. Ich verstehe. Move it! Dein Ernst? Okay. Okidok. So weird, dass man hängen bleibt, wenn man die Ducken-Taste loslässt. Normalerweise sollte man erwarten, dass man einfach weiter krabbelt. Oh Gott, was war das denn? Das ist schon sehr knuffig alles. Ah, das ist ja cool. Ähm, also. Das geht nur, wenn er das Feld hat. Au. Kann ich gegen die gar nichts machen? Damn. Ah. Stress! Ein ganzes Spiel perfekt fürs Internet. Oh Mann. Jetzt kann ich mir auch noch... Das hier holen. Fresh. 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 There's enough blobs. Yeah. Ichte nicht zu Insurance. Ah. Ah. Das Gegner-Design ist ein bisschen einfach. Aber ist ja okay. Oh yeah! So... 1,9? Wo ist denn 1,6? Du bist 1,6. Ah. Ach so. Das kostet mich aber 3 Pfotenpunkte. Das mach ich nur, wenn ich es wirklich brauch. Brauch ich ja gerade nicht. Komm ja auch so hin. Nee, ich komm nicht so hin. Aha! Danke, dass du das hier zerstört hast. So. Das ist 1,7. Happy Cake Day. Okay. Und das hier ist sehr bunt. Oh! Oh! Oh, gee! Puft! Pff. Ach, das ist eine Glasscheibe dazwischen. Ja, da kann ich natürlich nicht durchschießen. Ist ja ganz klar. Ach, Blödsinn. Ist auch noch Schieberätsel. Sui, bist du das? Sie lernen sich zu wehren. Oh, das hier ist gemein. Pch. Wuh. 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 Ja, ich glaube, wenn man kein Problem mit wirklich sehr, sehr mittelmäßigen Soundtracks hat. Das ist auf jeden Fall ein lustiges Spielchen, muss ich sagen. Also, ich finde es jetzt nicht schlecht. Es spielt sich gut. Es sieht sehr niedlich aus. Oh, okay. Wie? Das ist gut. Oh. Sweet Es geht aber auch mal kein extra Bonus, wenn man keine Checkpoints mitnimmt. Na gut. Dann kann ich ja Checkpoints aktivieren in Zukunft. Wie gerade eben. Jetzt gibt es erst mal Speedruns. Au. Au. Es ist ein Huck-Haut. Ach, Cuphead. War schon ein gutes Spielchen. Wolfsüge. Okay. Nice! Happy Cake Day. Cake Day ist mein Lieblings-Day. Apropos Cake Day, ich möchte demnächst mal einen japanischen Cheesecake backen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da raus wird. Ah, Cake ist also einfach nur Kisten. Okay. Ja, den Bubble Cake. Genau, da habe ich super Bock drauf. Moment, ne. Zurück mit dir. Sehr gut. Ribbonus. Ja, ich muss nur mal nach einer guten Backform Ausschau halten. Ein Rezept habe ich, glaube ich, ein brauchbares. Und ich liebe es eigentlich zu backen. Ich mache es noch nie. Ich habe, worum ist es lieb gemeint, aber ich habe nicht nach Backtipps jetzt gefragt. B-B-B-B-B-B-B-B-B. B? 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 B! Das soll aber was werden. Wow. Ja, keine Bug-Tipps. Tut mir leid. Ich habe schon mal gebacken. Sogar den einen oder anderen Kuchen. Ich weiß schon grob, was ich tue. Komme ich denn da ran ohne Dash? Obwohl, eigentlich kann ich hier ja dashen, ne? Hier ist ja Bums. Es sieht immer so aus, als könnte ich da normal durchlaufen. Kann ich aber nicht. Ich muss mich tatsächlich ducken. Okay. Hustle. Oh Oh God Jesus Okay I wanna be the kitty Oh, ich hab trotzdem ein Ding verpasst Dammit Jetzt ist es nicht mal mehr all mana bottles Das ist ja ein Speedrun, ich muss mich ja beeilen Pro tip, in Speedruns beeilt man sich Oh, der Glock muss da drauf Fast wie der Yellow Devil, nur komplett anders Das Spiel ist wie Megaman, nur nicht Oh Oh, 100% Nun Ah Du spielst wie Mario, nur anders Was So, das war 1,7 Ist dann 1,8 1,8 Ist das doch 1,8? Das wär ja Unfug Das wär ja Blödsinn Ne, das ist 2,5 Zum Zum Das ist für jeden 8,8 gestert Jetzt nach Gewinn Da sind Die face mit und zu Na gut. Gehen wir nach 1.9. Das ist wie bei Windows 10, ja. Das sind ganz schön viele Slimes. Ah, what? Warum bist du da nicht hoch? RIP. Jetzt ist es nicht mal mehr dashless. Was ist das denn? Okay. Kann ich da drauf? Ah! Das war komisch. Das war ein Blumenkreis. Das war ein Blumenkreis. Das war ein Blumenkreis. Oh, yeah. Nun. Doppel nun. Triple nun! Naja. Naja. Warum hast du jetzt zwei ge... Okay. 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 Abs Horn mit dem Chopin? Bist du. Ja, Side. Naja. Doppel jetzt. Doppel jetzt. Doppel jetzt. Doppel. Doppel jetzt. Der Hut auf Freire, Doppel jetzt. Ich glaube, jetzt klt das будет Ka的 Objektivchen. So geht's auch. Ja. Ich müsste hier wahrscheinlich gar nicht mehr einsammeln. Egal. Die sind so schnell. Warum rutschst du runter? Kännchen. Why you do this? K2. 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 Rutsch. K2. K4. Ja, das war's. Das hier ist mir ein bisschen zu präzise. Dankeschön. Oh, mein neuer Gegner. Miau, 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 miau. Buz, buz. Buz, buzi, buz. Miau, miau. Okay. War das jetzt ein richtiger Mega-Man-Auer-Boss? War das jetzt ein richtiger Ding. War das ja jetzt? Wiener Sonic. so ist drauf springen ich habe die feile kaum gesehen ich weiß nicht sehr blau auf blau ja dead Bist immer noch gern, wo 1.8 abgeblieben ist. Okay. Ich muss abkaufen. Bist immer noch gern, wo 1.8 abgeblieben ist. Bleib auf der blöden Sonnenblume, ey. Sagen Sie mir mal nicht, was ich zu tun habe. Das ist 2.1. Wo zum Geier ist 1.8? Wahrscheinlich unter irgendeinem Baum versteckt oder so. Ist da jetzt was geändert, dadurch, dass ich den ersten Boss umgehauen habe? Nö. Ja, miau, miau. Das ist wahrscheinlich irgendeine Secret Stage. Bist du 1.8? Es gibt 1.8. Was ist denn der Unterschied zwischen einem blauen und einem grünen Stern? Also, Boss no Damage. Sieben Welten, der Jörn. Bist du 1.8? Das ist 1S. Der Shop ist 1S. Ich bin fertig gerade. Ich bin fertig gerade. So, alles perfekt. Wir machen uns doch mal aus. Also, kein Damage beim Boss. Got it. Ich werde vielleicht genug Mana für ein Checkpoint einsammeln. Wenn ich nicht jedes Mal von Anfang an durch muss. Das wäre smart. Ich bin fertig. Ich bin fertig. So. Ich bin fertig. Hm. easy korrupter, dankeschön für das nächste Monat, treu. vielen lieben dank 1,3 let's go first try boys fressen den schaden einfach fressen okay 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 Wir haben das, Leute. Wow. Dieser Fledermaus-Blop. Ist einfach, ist einfach, der Held der Stunde. Wow. So. G. Der Player-Solo, der Player-Mäuse. Genau das, ja. 1, 4. First Try. Eindeutig. Also, muss ich aktivieren. 1, 4. 1, 8. 1, 3. 2, 3. centro Splibt. 2, 3. 1, 8. 2, 8. 2, 9. 1, 9. 3, 10. Okay, theoretisch wäre es ja ganz einfach, wenn man ständig in die Stacheln fällt. Okay. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Such a timed. Oh, komm schon. Okay. Kann ich nicht? Oh, ich kann in die Stacheln springen. Okay. Alles gut. Okay. 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 Coins! Planlos Doodlecore. Ach, gut. Es fehlt nur noch ein No-Hit beim letzten Boss und das letzte Juwel No-Dash. Nur noch. Bei einem Boss, der einen einfach mal random abfacken kann. Elektrofarts ist auch gut. Oh Mann. Elektrofarts gefällt mir gut. Das ist sehr zutreffend manchmal. Was zum... Egal. Koppel egal. Mir alles egal. Es ist mir alles egal. Ich glaube, ich verstehe, was gewollt ist. Vielleicht. Okay. 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 Oh Oh Das bringt mich gerade ein bisschen durcheinander, das ganze Ding hier Nee, das sind einfach die Leute, die denken, sie wären lustige Meme-Lords Sind sie aber leider nicht Ähm, ich habe gerade das Sprite gelöscht von der Sonnenblume, das ist okay Das ist okay Äh Genau so hatte ich das geplant Eigentlich hätte ich nicht zum Checkpoint zurück müssen, ich darf mich ja eh nicht treffen lassen Das Ergebnis zählt, so sieht's aus Aber ich glaube, das ist gar nicht random, wie die fliegt Die hat immer das gleiche Muster, okay Okay Gut, gut 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 good times good times I think only the height is different god damn it maybe not, I don't know okay okay doch die Höhe ist immer unterschiedlich weil jetzt ist nach oben flogen god damn it oh wenn ich eins in meinen bossfights liebe dann ist es RNG okay oops oh okay 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 ich kann doch jetzt nicht alle bäume fällen take random hidden treasure map danke oof Da komme ich eigentlich doch hin. Okay, was schalte ich denn frei, wenn ich diese Stage hier mache? Ich komme schon noch drauf, Geist. Das ist kein Problem. Irgendjemand anders hat das auch vor mir herausgefunden, also werde ich das auch hinbekommen. Schön, dass der Soundtrack in dieser Stage nicht weniger anstrengend ist. Ach so. Run! Bissere Miausik. Ja. Durchaus. Nice hit! It's over, Fletch. Ah! Ach ja, fuck it. Okay, cool story, begin. Moment. Oh Okay Oh dear Oh Yee Um Okay Das ist ein bisschen lästig Ja Ja Secret Ponds 2 So geht's auch irgendwo eins Uh Okay Oh Was ist das denn? Wann bin ich jetzt? Oh Okay Jetzt bin ich grün Level up Naja Und sobald ich hier reinspringe Bin ich wieder orange Okay Got it Vielleicht Vielleicht Besser ist der Wechsel Der Lizard Wechsel war super Also bitte Also bitte Das war was ganz besonderes Oh Okay Oh 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 Es wird ganz schön dunkel hier oben Oh 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 Irgendwie muss man ja auch hier rüber kommen. Da ist auch irgendein Kristallding, das man da sammeln kann oder so. Okay, ihr dürft mir jetzt sagen, wie ich zu 1.8 komme. Ich sehe nicht, ich sehe nicht wie. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie dumm versteckt ist. Kommt später in einem Shop? Goddammit. Was ist das denn für nur ein Fug? Das war doch ein Special Shop Stage. Na gut. Oh, Hähnchen. Wow. Wow, das ist grober Unfug. Im Ernst. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt mehr Schaden mache oder so, oder ob das nur ein Skin ist. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Schaden die Hasty normalerweise nehmen. Und deshalb kann ich nicht sagen, ob ich mehr Schaden mache als sonst. Ja, das Gimmick hier ist warten. Mein Lieblingsgimmick. Natürlich, erstmal die falsche Seite hoch. Was ist das? Ja, ich gehe jetzt nicht extra in ein anderes Level, um zu gucken, wie viel Schaden ich mache. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass ich viel mehr Schaden mache, weil ich grün bin. So. Musiknoten. Ja, und wir spucken Plasma-Bälle. Das ist Mario. Murio. Oh, endlich mal wieder eine Arena mit Platz. Ne, ich glaube, ich mache genauso viel Schaden. Das sind verdammt viele Häschen. Die Stratze. Die Stratze. Spannende. Ja. So, diegung. . . . . . . . . Ja, Kichi, Kichi war, 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 very, very dead. Oh, nice. Transport. Okay. Oh. Okay. Ich verstehe. Ich will das Fläschchen. Äh. Oh. Jesus. Was ist das? Was ist das? Das hat der AIMBOT! Voll! Na bitte! Okay. Ehh. Waaat? Ciao! Nun. KOT DEB Ja, alleữ! Nichts. Fecht! Okay Gott ey Diese Hälschen sind gefährlich Was ist deren Problem Jesus Oh 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 Nein Komm Oh Oh dieser scheiß so jesus okay got it okay Oh Jetzt haben sie wirklich einen A-Bot Oh 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 Ja, easy. Yeah. Die Hasen sind einfach zu krass. Ich bin so froh, dass ich mir den Boss nicht nochmal umlegen muss. So, ich kann mir jetzt das andere Ding noch kaufen. Reduce MP needed for Checkpoint. Okay. Ich finde es schön, dass der Shopkeeper verschwindet, weil man alles leer gekauft hat. Oh, zwei Stunden sind wieder durch. Das stimmt, aber wir machen gleich Feierabend. Ich wollte gerade schon sagen, ich freue mich richtig drauf, hier die Edelsteine einzusammeln. Spupi! Was ist denn das jetzt schon wieder? Okay. Ich habe es. Ich kann da drauf springen. Okay. 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 But I think we're good. Okay. Okay. Great. Okay. I like the idea was. Damn you, game! Äh, pfff, pfff. Wie, äh, wie soll ich denn drauf reagieren können, wann er schießt? Oder schießt er einfach immer, wenn ich ihn treffe? Moment. Alle zwei? Ist das immer so? Bleibt das so? Oder ändert er die Regeln? Okay, nee, es bleibt so. Okay. Das wär jetzt mit irgendein RNG-Scheiß. Das wär jetzt mit irgendein RNG-Scheiß. Das war blöd. Pfff. 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 Okay. Okay. Kein Problem. Gar kein Problem. Uhr. Pfff. Oh! Sehr gut. Wenn man so schnell feuern würde, wie man masht, werden die Bosse wesentlich schneller down. Wesentlich schneller. Okay. Kind of might I make it up. Ja, wenn man einen Boss trifft, dann kann man direkt wieder feuern. Klar, wenn der Schuss weg ist, aber das ist halt auch nicht unbedingt empfehlenswert. Ah, das ist eine Kasse. Okay. Ja. Auf wen haltet ihr mich? Ja. 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 Ja, stimmt. Da war was. Was ich jetzt mal checken möchte. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird diesmal nicht geschmachtet. Mal gucken. Who knows? Das ist bis später als 8, ja. Oh, Mann. Hey. Hey.